In diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie man Integrale mithilfe des Hauptsatzes berechnen kann. Als erstes wollen wir uns natürlich anschauen, wie ein Integral aufgebaut ist, beziehungsweise wie dieser Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung uns bei der Berechnung behilflich sein kann. Ein Integral sieht wie folgt aus. Dieses S-ähnliche Zeichen vorne steht für das Integral. Dann besitzt jede bestimmte Integral zwei Grenzen, in diesem Fall mit a und b dargestellt, wobei a logischerweise die untere und b die obere Grenze ist, gefolgt von der Funktion, die integriert werden muss, die heißt hier allgemein f von x, und am Ende ein dx. Schauen wir uns ein bisschen genauer diese dx an. Die Buchstabe d steht für das Wort Differential und es ist immer ein d. Und das x hinten, naja, das ist ja die Variable, nachdem die Funktion sozusagen aufgeleitet wird. Das bedeutet, dieses x hinter d oder dieser Buchstabe hinter d muss übereinstimmen mit der Variable der Funktion, die in diesem Fall f von x heißt. Es ist sehr wichtig zu wissen, was man hier anpassen muss, zum Beispiel für den Fall, dass die Funktion nicht mehr f von x, sondern f von t heißt, müsste auch hinten beim Integral dt stehen. So viel zum Integralaufbau. Jetzt schauen wir uns an, wie dieser Hauptsatz funktioniert. Das heißt, wenn man ein Integral lösen möchte, muss man als erstes die Stammfunktion bilden, hier einfach mit F dargestellt, und diese Stammfunktion wird in eckigen Klammern geschrieben, wobei die Grenzen a und b rechts an diesen Klammern drangeschrieben werden. Als nächstes werden diese Grenzen für x in die Stammfunktion eingesetzt. Das sieht dann wie folgt aus. Erstmal setzen wir die obere Grenze ein und dann Minus, und zwar immer Minus, und dann die untere Grenze eingesetzt. Indem man dann am Ende einfach diese Zahlen zusammenfassen tut, hat man das Ergebnis für dieses Integral. Für den Fall, dass diese kurze Erklärung nicht auf Anhieb einleuchtet, schaut euch einfach das nächste Beispiel an. Ich glaube, spätestens dann wisst ihr, was zu tun ist. Anhand eines einfachen Beispiels werden wir uns jetzt anschauen, wie dieser Hauptsatz funktioniert. Zur Orientierung habe ich jetzt nochmal den Hauptsatz hier rechts abgebildet. Also, anhand der Formel müssen wir als erstes die Stammfunktion bilden. Und das machen wir auch hier an der Seite. Also wir haben dann ist gleich, eckige Klammer auf, und jetzt leiten wir auf. Aus der x hoch 2 Funktion wird eine x hoch 3 Funktion, und die neue Hochzahl kommt dem Kehrwert nach vorne. Also, ein Drittel kommt nach vorne, das steht bereits 1 halb. 1 halb mal 1 drittel sind 1 Sechstel. Und minus 1 aufgeleitet sind minus x. Eckige Klammer zu, wie bereits erwähnt, die Grenzen werden jetzt rechts an dieser Klammer drangeschieben. Und als nächstes, wir sind jetzt gerade an dieser Stelle, wird zuerst die obere Grenze eingesetzt, also die 2. Dann schreibe ich ja hier 1 Sechstel mal 2 hoch 3 minus 2. Und dann kommt das große Minuszeichen und dann die untere Grenze. Es ist immer sicherer, wenn man hier eine Minusklammer benutzt. Das bedeutet, für x setzen wir jetzt die 1 ein. Und dann haben wir 1 Sechstel mal 1 hoch 3 minus 1, Klammer zu. Jetzt müssen wir nur noch zusammenfassen, dann sind wir schon fertig. Okay, 2 hoch 3 sind 8. Dann haben wir 8 Sechstel an dieser Stelle. Minus 2. Minus, in Klammer, haben wir dann 1 hoch 3 sind 1, mal 1 Sechstel sind 1 Sechstel. Minus 1. Und jetzt kürzen wir ein bisschen und fassen zusammen. 8 Sechstel kann man natürlich noch ein bisschen kürzen, und zwar durch 2. Dann haben wir hier 4 und hier 3. Und dann haben wir 4 Drittel minus 2. Wenn wir mit 3 erweitern, dann haben wir 4 Drittel. Minus 6 Drittel sind minus 2 Drittel. Und in der Klammer habe ich dann 1 Sechstel minus 1. Also 1 Sechstel minus 6 Sechstel sind minus 5 Sechstel. Entsprechend können wir die Klammer auflösen. Minus 2 Drittel. Und dann minus minus ergibt plus 5 Sechstel. Und am Ende müssen wir nur diesen ersten Bruch noch mit 2 erweitern, sodass der Hauptnenner 6 ist. Entsprechend werden wir dann minus 4 Sechstel plus 5 Sechstel. Also es kommt 1 Sechstel raus. Und das ist der Wert des Integrals. Und jetzt gehen wir ein bisschen in Richtung Klausur bzw. Abiturniveau. Also, es ist ein stich normaler Integral, nur dass die E-Funktion auch noch mitmischt. Rechts habe ich wieder diesen Hauptsatz abgebildet, um wir versuchen einfach mal das Ganze jetzt durchzuziehen. Gut, als erstes, wie bereits erwähnt, bilden wir wieder die Stammfunktion. Wir haben als erstes eine Exponentialfunktion. Und wir erinnern uns, die Stammfunktion zu bilden, bedeutet erstmal, das Ganze abzuschreiben. E hoch 2x. Und dann muss man die Hochzahl ableiten, die Ableitung von 2x ist natürlich 2, und in Kehrwert dazu multiplizieren. Also, kurz gesagt, mal 1,5. Natürlich fassen wir das noch zusammen. Hinten haben wir minus 1, also wieder minus x aufgeleitet. Und das Ganze von 0 bis ln von 2. Nicht erschrecken, ln2 ist nur eine Zahl, die man dann später einsetzt. Bevor ich jetzt allerdings die Grenzen einsetze, tue ich ein bisschen noch das Ganze zusammenfassen. Ihr müsst euch so vorstellen, umso kompakter die Stammfunktion aussieht, umso einfacher ist es am Ende auszurechnen. Deshalb, hier können wir noch 1,5 mal 1,5 zusammenrechnen. Das sind natürlich 1,25. 1,5 mal e hoch 2x minus x. Und dann wieder die Grenzen hier dran. 0 und ln von 2. Und dann setzen wir natürlich die Grenzen ein. Zuerst die hässliche Grenze. Damit meine ich diesen ln2. Wir haben dann praktisch an dieser Stelle 1,25 mal e hoch 2 mal ln von 2. Minus ln von 2. Und dann Minus. Und dann die untere Grenze natürlich, wenn wir sie einsetzen in Klammern. Wir haben dann 1,25. Mal e hoch 2 mal 0 sind ja natürlich 0. Minus 0. Und jetzt fassen wir es so weit wie möglich zusammen. Einer der Hauptprobleme, wenn man kein Taschenrechner zur Verfügung hat, wird natürlich dieses e hoch 2 mal ln2 sein. Das müssen wir irgendwie kompakter darstellen. Zur Erinnerung, da hilft eine sogenannte Logarithmusregel. Die habe ich jetzt nochmal mit Rot hier rechts abgebildet. Und zwar e hoch a mal ln von b ist das gleiche wie b hoch a. Und diese Regel versuchen wir auf unser Term anzuwenden. Das bedeutet, ein Viertel bleibt ein Viertel hier. Und aus der e hoch 2 mal ln2, wenn man diese Regel anwendet, bleibt ja nur noch 2 hoch 2, was wiederum gleich 4 sein wird. Die Minus ln2 bleibt ja Minus ln2. Wie gesagt, das ist einfach eine Zahl. Die kann man nicht kompakter darstellen. Und hinten bei der Minusklammer haben wir ein Viertel mal e hoch 0. Dieses e hoch 0 ist ja eigentlich eine 1. Also bleibt nur noch Minus ein Viertel. Wenn wir jetzt noch weiter zusammenfassen, haben wir ein Viertel mal 2 hoch 2. Also ein Viertel mal 4 sind 1. Minus ln von 2. Und nochmal Minus ein Viertel. Und natürlich kann man noch 1 minus ein Viertel zusammenfassen als 3 Viertel minus ln2. Und wenn wir keinen Taschenrechner zur Verfügung hätten, ist das unser Endergebnis. Als nächstes noch ein Beispiel mit einer trigonometrischen Funktion. Auch hier werden wir diesen Hauptsatz anwenden. Das heißt, wir bilden wieder zuerst die Stammfunktion und setzen sie in diesen eckigen Klammern. 4x aufgeleitet sind ja nichts anderes als 2x hoch 2. Dann die Sinus-Funktion ist ja vergettet. Deshalb Minus Sinus aufgeleitet ist ja natürlich Kosinus. Also wir haben Plus Kosinus von 1,5x. Und dann kommt wieder die innere Ableitung. In diesem Fall ist es 1,5. Ein Kehrwert nach hinten oder nach vorne. Also am Ende noch mal 2. Dann trage ich wieder die Grenzen hier rechts an dieser Klammer an und setze jetzt die Grenzen ein. Zuerst die obere Grenze wieder, also Pi. Dann haben wir 2 Pi Quadrat plus Kosinus von 1,5 Pi mal 2. Natürlich hätte ich diese 2 auch vor dem Kosinus schreiben können, aber das spielt ja keine Rolle. Minus und jetzt setzen wir die untere Grenze ein und die ist 0. Deshalb haben wir 2 mal 0 hoch 2 plus Kosinus von 1,5 mal 0 ist natürlich Kosinus von 0 mal 2. Jetzt geht es wieder darum, zusammenzufassen. Bei Sinus und Kosinus, wenn man wieder an dieser Stelle kein Taschenrechner zur Verfügung hat, ist es nicht so einfach. Man muss dafür wenigstens die Standardschaubilder von der Sinus- und Kosinus-Funktionen scannen. Okay, wir brauchen hier nur die Kosinus-Funktion für die Aufwertung. Ich habe jetzt mal bald hier abgebildet. Die Kosinus-Funktion ist die blaue, also bitte auf das blaue Schaubild schauen. So, anhand dieser Schaubilder kann man die besonderen Werte von Kosinus bzw. Sinus ablesen und wir wollen natürlich das hier ein bisschen kompakter haben, Kosinus von Pi halbe. Wir schauen in unser Schaubild. Hier ist Pi halbe und Kosinus ist 0. Das Werte dieser Term ist 0. Und 0 mal 2 sind auch wieder 0. Und dann brauchen wir noch Kosinus von 0. An der Stelle 0 ist Kosinus 1, deshalb das hier können wir als 1 hinschreiben. Wenn wir jetzt noch die übrigen Terme hinschreiben, dann bleibt ja 2 Pi Quadrat. Hier wird alles 0, also verschwindet das Ganze. 2 mal 0 hier in der Klammer sind auch 0. Und hinten haben wir nur noch Kosinus von 0, also 1 mal 2 sind 2. Mit dem Minus davor, Minus 2. Und das wäre ohne Taschenrechner auch unser Endergebnis. Mehr können wir für diesen Integral nicht machen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Integrale finden einen sehr großen Anwendungsbereich in der Mathematik. Und um ein Integral zu lösen, habt ihr schon gesehen, muss man in der Lage sein, erstmal eine Stammfunktion zu bilden. Beziehungsweise auch, wenn notwendig, eine Integralfunktion. Zweitens, man kann ja Integrale auch für Flächenberechnung benutzen, was eine der Hauptanwendungen ist. Es gibt auch uneigentliche Integrale. Damit ist gemeint, es gibt ja endliche und unendliche Flächenhalte und die kann man damit auch bestimmen. Dann die Mittelwerte von Funktionen werden auch mittels Integral berechnet, sowie die Rotationskörper. Mit Rotationskörper meine ich natürlich Berechnung von Rauminhalt mit Hilfe des Integrals. Wenn Bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann.